Boah Alter, die haben mir das doch bestätigt, ey, das gibt's doch nicht. Was soll denn die Scheiße, ey? Jetzt wart ich schon wieder auf dem Mist, ey. Sind die jetzt Pleite oder was? Ich weiß nicht, soll man darüber senden? Boah, geht mir das offensichtlich. Man hätt's wissen können, man hätt's eigentlich wissen sollen. Aber, ja, was soll man heute alles wissen oder ahnen? Ich hab keine Ahnung. Ja, hallo ihr Lieben. Geld ohne Arbeit, so war wohl der Slogan. Mit CBD, ganz einfach. Ja, so warb die Firma am 21.07.2020 mit einem Firmeneintrag und das war ihr Slogan, dass man halt damit Geld verdienen kann. Ähm, zur damaligen Zeit war, ähm, auch Juicy Fields noch aktiv. Auch ich habe über My First Plant berichtet, hab auch selber dort ein bisschen Geld angelegt. Zum Glück nicht viel, muss ich sagen. Mittlerweile heißt es halt, ähm, vielleicht nicht mal My First Plant, sondern eher My Last Plant. Es geht hier um insgesamt 20, über 20.000 Investoren. Das ist nicht wenig. Es steht aber auch jetzt noch nichts fest. Was versteht ist, ich kann euch das auch gleich gerne, äh, zeigen. Ich hab da ja ein eigenes Konto und ich werd da mit euch jetzt auch reingehen und euch das, ähm, öffentlich zeigen. Ähm, nur kurz, dass ich mich da einloggen kann. Ähm, ich möchte euch nicht meine Login-Daten zeigen. So, ähm, die Homepage ist also immer noch ganz normal. Ähm, auch der CEO, ähm, heißt ja eigentlich Mario Abraham, mit dem ich auch das Interview damals geführt hatte. Der scheint wohl seit neuestem, seit letztem Monat abgetaucht zu sein. Ähm, und zwar irgendwie in den Kanton Zug in die Schweiz. Das ist so unser letzter Stand. Und dann auf einmal, äh, taucht auch ein ganz anderer Name auf. Und zwar gibt's da wohl Investoren oder auch Mitteilhaber, äh, die da heißen, der Lukas, äh, Martins. Ja, und wie gesagt, die Seite läuft auch noch, ähm, Auszahlungen werden auch versprochen, Newsletter werden verschickt. Und man kommt auch hier rein. Ich logge mich da jetzt ein. Äh, ich gehe ins alte Backoffice und, ähm, anmelden. Und, ja, und jetzt seht ihr halt, ähm, Indoor 480, Outdoor 240. Ähm, da sind die Grammzahlen. Und irgendwo stehen hier auch die Transaktionen. Jo, ähm, da steht zum Beispiel jetzt, wie ihr seht, am 16.05. minus 240 Gramm. Jo, und das steht halt und, ähm, steht halt. Ähm, laut, ich hab dann auch mal geschaut, weil mich hat das eigentlich nur so nebensächlich interessiert, weil ich da jetzt auch nicht viel Geld hab, ja, ähm, und wollte mir das einfach jetzt mal auszahlen lassen. Und, ja, und warte jetzt auch schon zwei, drei Wochen. Äh, die Auszahlungszeit ist eigentlich eine Woche. Also, wie es ausschaut und wie ich jetzt, ähm, recherchiert habe, soll angeblich seit Dezember schon, äh, keine Auszahlungen mehr getätigt werden. Es gab halt seitens Mario Abraham, ähm, immer wieder Videos, ähm, die versprochen wurden. Beziehungsweise es gab eine, ein Übernahme, ähm, Angebot oder es sollte verkauft werden an RMD GmbH. Das ist eine Solarfirma. Die hatten wohl Interesse an MyFastBand. Dann gab's aber zu demselben Zeitpunkt, oder schon ein bisschen eher sogar, ein Stiftung Warentest, äh, Ergebnis. Und die haben das halt mit nicht gut bewertet. Und dann ist wohl RMD wieder abgesprungen von diesem, von der Übernahme. Und, ja, dann ist wohl gar nichts passiert. Stillstand, Verschiebungen und so weiter. Und seit Mai diesen Jahres ermittelt wohl die Kripo in Klagenfurt gegen MyFirstPlant. Ja, wie gesagt, sie ermittelt, da kriegt man auch noch nichts weiteres raus. Die wollen die Ermittlungen wohl nicht stören. Haben jetzt wohl nur rausgefunden, dass, äh, der Inhaber halt, äh, ja, verschwunden ist. Nochmal für euch so als Rückblick. Es gab, also es wurden angeboten, Verdienstmöglichkeiten, Invest bei einer Pflanze von erst 800 nach 900 Euro. Äh, es wurde versprochen, bis zu 100 Euro dreimal im Jahr auszuschütten. Und man kann auch noch zusätzliche Provisionen verdienen, indem man sich ein eigenes Team aufbaut. Also eine Provision für Teammitglieder. Dann gab's, wie gesagt, immer wieder Ausreden. Es gab Buchhaltungsprobleme. Software läuft nicht richtig. Äh, die Ware ist am Zoll hängen geblieben. Äh, gescheiterte Übernahmen. Ähm, ja, ach so. Stiftung Warentest war übrigens am 13.09.2022. Also drei Monate bevor keine Auszahlungen mehr stattgefunden haben. Warum klappte das Ganze wohl nicht? Äh, man wusste natürlich, am Anfang hat MyFirstPlant immer gesagt, das ist kein Pyramidensystem, sondern das ist halt wie andere, die verkaufen und sich Teams aufbauen. Anscheinend war es das doch nicht. Ähm, die haben zwar Öle und Cremes und so versucht auch zu verkaufen. Das entspricht wohl der Wahrheit. In wie vielen Läden das wirklich präsentiert oder verkauft wurde, können wir nicht nachvollziehen. Wir wissen nur, dass, ähm, der Preis zum Beispiel von CBD, äh, in einem Jahr von, äh, circa von 21 auf 22 allein, ein Kilopreis von etwa 3.000 bis 4.000 Euro auf 900 Euro und tiefer gefallen ist, das Kilo, ja. Das heißt, auch da wird es natürlich schwierig, äh, dem Kunden, äh, sowas zu versprechen über Jahre, ja. Also, versteht ihr, wenn ich Renditen verspreche und dann die Kilopreise und so aber so in den Keller gehen, dann kann das einfach keiner halten. Dann, ja, das ist einfach dann zum Scheitern verurteilt. Ja, ähm, in diesem Sinne, ich kann mich nur dafür entschuldigen, dass wir dafür oder darüber berichtet haben. Wir hatten da keine, ähm, schlechten, äh, Dinge vor. Ähm, sonst hätte ich selber auch nicht investiert. Ähm, man kann halt nicht immer alles vorher wissen. Man hätte es vielleicht eher ahnen können, gerade nachdem dann auch Juicy Fields plattgegangen ist. Aber, ja, ähm, ihr kennt das ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Man denkt immer, ja, bei denen wird es anders sein. Es gibt auch immer noch eine Firma in der Schweiz, Canagro, bei denen funktioniert das seit Jahren. Da ist noch kein Finanzamt oder Kripo dahinter her. Ähm, ja, in diesem Sinne, wir haben den Content von denen gelöscht. Ähm, ich hoffe, ihr habt nicht zu viele Verluste gemacht, habt euch das rechtzeitig auszahlen lassen. Und, ähm, ja, in diesem Sinne, seid immer vorsichtig, egal bei was für Investitionen oder Versprechungen. Und, ähm, wir hören uns. Bis dahin. Baba. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020